Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und das habe ich auch noch nicht erlebt, ne? Mich enden ja öfters mal Leute im Skype und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal seit wirklich ewiger Zeit mal ein Terror-Kommentary, wer das noch kennt. Das letzte ist wahrscheinlich von 2013, also bin ich im Skype, habe einfach von den ganzen Anfragen, die ich habe, mal einen angenommen, ne? Ich muss euch einblenden, das ist so schlimm mittlerweile. Und die Scheiße, wa? Der wollte noch nicht mal zu mir. Der wollte zu einem Max-FPS-Faker, mit dem er mal Minecraft gespielt hat. Der wollte nicht mal zu mir. Er kannte mich überhaupt nicht, ne? Habt er mal im Skype geendet. So geil, ne? Wie gesagt, ist ja kein Problem, dass er mich nicht kennt. Ich finde es so schlimm, dass ich mittlerweile von Leuten geendet werde im Skype, die irrtüblich annehmen, ich hätte mit ihnen Minecraft gespielt, weil es ein Max-FPS-Faker gewesen ist. Ach du Scheiße, ist geil, oder? Ja, Joel, falls du das siehst hier, so hieß er, vielleicht, ne, guckst du jetzt ja auch von mir auf den Channel drauf. Ähm, du hast zu Recht festgestellt, dass ich schon recht viele Abos habe, das ist korrekt. Und dass ich auch schon etwas YouTube-Money mache, das ist natürlich das Allerwichtigste. Das ist das Erste, was ich jemanden fragen würde, den ich im Skype ende, ob er denn nicht auch ausreichend YouTube-Money macht. Das ist wirklich, wirklich das Wichtige. Ähm, ja, ich nehme demnächst einfach gar keinen mehr im Skype an, ja? Wenn die einfach gar nicht zu mir wollen, was willst du machen, ne? Übrigens, ähm, was mir gerade einfällt, habt ihr mitgekriegt, dass Microsoft einen neuen Browser vorgestellt hat. Oder beziehungsweise, naja, vorgestellt ist zu viel gesagt, aber, ähm, ja, es gibt Leaks. Wisst ihr, wie das Ding heißt? Das Ding heißt Spartan, wie aus Halo. Die benennen mittlerweile ihre Produkte anscheinend echt gerne nach irgendwas aus Halo, habe ich das Gefühl. Cortana, die Spracherkennung, Spartan, der neue Browser. Also, da, da geht, ja, Microsoft weiß, wie sie ihre Dinger benennen. Mir ist es auch lieber, als haben die Dinger irgendwelche Ortsnamen oder so Dinger Toledo oder sowas wie AMD, die Dinger dann teilweise nennt oder früher. Gut, jetzt ist ja AMD noch blöder, das heißt einfach Bulldozer und sowas. Das ist ja auch total beknackt. Aber mir ist das immer noch lieber, wenn die Produkte so heißen, als teilweise, kennt ihr das, von, da habt ihr dann nen Fernseher oder sowas, der heißt dann, bla bla bla, XDL580GHD5XF-G. So ein Produktname, ja. So ein fettes Ding, kein Mensch versteht, wie, äh, wie das heißt. Und übrigens, Minus-G ist eine komplett andere Version wie Minus-ZX hinten, ja, wieder was, ganz was anderes, ja. Diese Produktnamen, die sind der Wahnsinn. Gut, die Zahnbürste, falls ihr das Video gesehen habt, das ist eh die allergeilste, ich hab schon wieder komplett vergessen, wie das Ding heißt, Cross-Action, wie hieß die, die Zahnbürste, die ich mal, die von denen wir es mal hatten, auf Twitter oder in dem Video, Cross-Action Superior Clean oder sowas in der Richtung. Ähm, ja, Wahnsinn, so geile Produktnamen. Ähm, ich, ich wollte das jetzt, ich fand, das fand ich jetzt schon hart, gell. Normalerweise adden mich ja Leute, einfach, um mich mal zu adden im Skype, ja. Jetzt werde ich aber schon von Leuten geaddet, die mit einem Fake an Minecraft gespielt haben. Das ist ja fatal, es ist ja, es ist ja echt grausam mittlerweile. Ansonsten, ich wollte heute eigentlich gar kein Video aufnehmen, dementsprechend gibt es eigentlich auch gar nichts weiteres zu sagen. Ähm, ich überlege gerade, ob es irgendwas, irgendwas Spannendes, irgendwas Spannendes gegeben hat, wo ich vielleicht jetzt nochmal, sagen wir mal so, ich, ich lade immer ungern Videos hoch, die kürzer sind, so als 5 Minuten oder sowas. Weil ich denke, wenn die Leute einfach, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, aber ich denke, wenn die Leute jetzt bei mir auf den Channel gehen und angucken und sich quasi schon dran gewöhnt haben, dass ich jetzt was am Laber mit und dann quasi instant wieder ausmache, äh, ist Blödsinn, zumal ich ja das Gefühl hab, ähm, die Leute, die kommen ja auch bei mir, besonders halt, um sich Videos anzugucken, die auch ein bisschen länger sind, ja. Also diese 0815, wir, wir schreien 3 Minuten rum und dann ist fertig. Dies gibt's ja auf YouTube genug. So, übrigens, für alle klassischen RPG-Fans, Baldur's Gate soll eine Fortsetzung bekommen, hab ich heute gelesen, auf, auf Computer Base. Und zwar vom gleichen Team, die die HD-Remakes von Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 gemacht haben, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich bin da sehr skeptisch. Baldur's Gate, beziehungsweise Baldur's Gate 2, ist eines der besten wirklichen, so westlichen, äh, klassischen RPGs, die es eigentlich je gegeben hat. Und, das ist ein komplett neues Team auf einer ziemlich alten Engine, ich bin skeptisch, ob die diesem großen Namen wirklich gerecht werden können. Ich, ich glaube nicht. Übrigens, morgen fängt, äh, die Heroes of the Storm Beta an, da, das ist dieses Blizzard-Moba, ne. Hab ich gestern mit dem Friseur ein bisschen gespielt, wir haben auf dem letzten, letzten Drücker noch Alpha-Zugang bekommen. Und wir haben auch ein bisschen Gameplay aufgenommen. Wenn ihr wollt, können wir da auch ein bisschen mehr von zeigen, wir nehmen wahrscheinlich heute Abend sogar noch was auf. So, und jetzt ist gut, genug gelabert. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss.